Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von RobinTV. Eine Sache, die müsst ihr unbedingt... Ach, oder wir machen doch das Unboxing der Sony MDR-1000X. Los geht's! Dann packen wir die Kopfhörer mal aus, aber vorher möchte ich nochmal liebe Grüße an Alexander Emer sagen. Der hat mir nämlich auf YouTube einen Kommentar hinterlassen und eigentlich ist er verantwortlich für dieses Unboxing, denn er hat gefragt, ob ich diese Sony MDR-1000X doch mal auspacken könnte und was soll ich sagen, euer Wunsch ist mir Befehl. Dann mache ich das natürlich. Also, wer jetzt noch Lust hat auf weitere Unboxings oder ganz bestimmte Produkte haben möchte, schreibt mir das doch einfach in die Kommentare und dann gucke ich, was ich machen kann. So, wir packen die jetzt mal aus und zwar haben die richtig viele spannende Funktionen, denn die haben zum Beispiel Noise Cancelling, das heißt Umgebungsgeräusche werden rausgefiltert. Außerdem haben sie noch eben eine richtig gute Klangqualität, also so HD-Audio und auch noch HD-Voice Calls. Also, man kann also auch telefonieren und das in richtig guter Qualität. Dann wollen wir doch aber erstmal sehen, wie die Teile denn so aussehen. Naja, was soll ich sagen? Als erstes fällt mir auf, dass hier so eine richtig schöne, gut gepolsterte Tasche dabei ist. Wirkt sehr, sehr hochwertig. Außerdem haben wir dann hier noch in der Verpackung verschiedene Kabel. Zum einen so ein USB-Kabel, um die Kopfhörer aufzuladen, das ist ja eigentlich so typisch. Dann haben wir noch ein Klinke-Kabel, das ist eben dazu da, um die Kopfhörer zu benutzen, auch wenn der Akku mal leer ist, denn sie sind ja komplett drahtlos, die Kopfhörer. Dann haben wir hier noch so Anleitungen, Anleitungen, man braucht schon Anleitungen. So, was haben wir da noch? Aha, oh, so eine schön ausgeschmückte, gepolsterte Tasche. Und nochmal Anleitungen, nee, 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 Anleitungen brauchen wir nicht. So, dann tun wir diesen schönen Karton auch mal weg und packen doch die Kopfhörer mal auf. Ja, die Kabel brauchen wir auch nicht mehr. So, die legen wir mal hier hin, wir wollen ja nicht, dass was kaputt geht. So, und jetzt mache ich das Ganze mal auf. Wirkt auf jeden Fall auf den ersten Eindruck, finde ich, schon mal total kompakt. Also für so Kopfhörer, die so relativ, oh, hallo, Schätzelein. Ah, sehr schön, also die Haptik auf den ersten Eindruck ist richtig, richtig, richtig gut. Natürlich kann man sie auch in der Größe hier verstellen, ja. Und was haben wir hier noch? Hier haben wir sogar noch so einen Flugstecker, also wer im Flugzeug die Kopfhörer verwenden will, kann sie hier auch verwenden. Ansonsten ist die Tasche nicht ganz so spektakulär. Aber das finde ich schon mal richtig cool, dass man die so schön hier so reinfalten kann. Also, die werden richtig schön klein hier drin. Jetzt wollen wir aber die Funktionen der Kopfhörer noch mal ganz genau uns anschauen und natürlich die Soundqualität. Denn der Sound ist ja eigentlich das Wichtige bei den Kopfhörern. Da möchte ich mal für euch das Noise Cancelling, also das Herausfiltern von Umgebungsgeräuschen testen. Da sind nämlich Mikrofone eingebaut und die nehmen die Umgebung auf und filtern das dann raus. Klingt total verrückt, aber am Ende endet das im besten Falle damit, dass man, wenn man im Flugzeug oder in der Bahn ist oder irgendwo, wo es laut ist, nichts von der Umgebung mitbekommt. Ich teste das mal. Robin, hörst du mich eigentlich? Du hast da einen Fleck im Gesicht. Also bisher ist eigentlich alles ruhig, aber scheint ja wohl zu funktionieren. Jetzt kommt aber der eigentlich wichtigste Teil des Unboxing und vor allem des Testes. Bei einem Kopfhörer macht es ja Sinn, dass er gut klingt. Wir wollen natürlich jetzt mal testen, wie der Sound ist. Ich habe gerade eben die Kopfhörer per Bluetooth mit meinem iPhone verbunden. Das Ganze funktioniert aber auch mit anderen Geräten, die Bluetooth unterstützen. Das können zum Beispiel auch Tablets sein. Das können natürlich auch schöne Android-Telefone sein, wie zum Beispiel Samsung, HTC und was es alles noch gibt. Also funktioniert in der Regel mit allen modernen Smartphones, Tablets oder auch Computern. Ich habe das einmal verbunden. Das muss man nur einmal machen. Und danach kann ich jetzt hier Musik abspielen und hier drahtlos hören. Mal gucken, wie so die Qualität ist. Hm, was könnte ich denn jetzt spielen? Ich mache mal meine Lieblings-Ban. Fettmann und Freunde. Geil. Also erster Eindruck ist schon echt gut. Falls ich jetzt ein bisschen komisch laut rede, ist es, weil ich die Umgebungsgeräusche angeschaltet habe und mich selber nicht so gut höre. Ich höre mal hier noch mal in den anderen rein. Also Bass ist schon richtig, richtig... Wow. Also der Bass ist richtig schön satt, aber nicht so übertrieben stark. Die Mitten sind klar und deutlich. Die Höhen sind gut. Echt gut? Macht Spaß. Ja, ich könnte jetzt hier stundenlang weiterhören. Ich muss ja irgendwann auch mal wieder aufhören. Das ist... Och. Und wenn ich sie jetzt runternehme, höre ich... Ja. Also das ist schon... Diese Umgebungsgeräuschfilterung ist schon echt abgefahren. Außerdem kann man die Kopfhörer auch noch auf eine ganz spezielle Art und Weise steuern. Und zwar ist hier auf der rechten Seite der Ohrmüschel hier außen sozusagen so eine Touchfläche. Und jetzt kann ich im Prinzip, indem ich zweimal tippe, Musik starten, zweimal tippen, Musik stoppen. Dann kann ich durch Wischen nach oben und nach unten die Musik entweder lauter oder leiser machen, also die Lautstärke. Oder auch mit Wischen nach vorne, nach hinten, eben zum nächsten Song oder zum vorigen Song. Ob das aber auch wirklich gut ist, das teste ich jetzt mal. Also Doppeltipp. Musik geht los. So, wieder Doppeltipp. Musik stoppt. Hey, das klappt schon richtig gut. So, dann mache ich mal eben, während ich die Musik an, mal die Lautstärke hoch und runter. Ja. Ja. Cool. Geht. Und doppelt. Und wieder Stopp. Hey, zum ersten Mal funktioniert eine Touchsteuerung gut. Ich bin total begeistert. Bei den, das muss ich dazu sagen, bei den Bang und Olufsen, die sind ja so schön, haben auch einen guten Klang, war, fand ich, die Touchsteuerung ein bisschen schwierig. Das hat hier richtig gut geklappt. Ich habe jetzt einmal, wie das halt manchmal so ist, wenn man die Lautstärke höher macht, dann habe ich nicht ganz in die richtige Richtung gewischt. Und dann habe ich aus Versehen zum nächsten Song gewischt. Aber, ich muss sagen, das hat richtig gut funktioniert. Okay. Also, ich war ja eigentlich der Meinung, dass man solche Touchsteuerung überhaupt nicht machen kann. Man braucht immer echte Tasten. Aber Sony hat mich eines Besseren belehrt, muss ich auch mal sagen. In dem Fall ist die Touchsteuerung richtig, richtig schick. Also, ich kann das nochmal zeigen. Und zwar hat man dann praktisch hier jetzt so eine Touchfläche. Und dann mache ich das nochmal ganz kurz, damit ihr das auch nochmal in der Nahaufnahme seht. So, ich tippe jetzt mal hier doppelt. So, doppelt. Dann kommt Musik. Wieder doppelt. Die Musik hört auf, wenn ich hier eben nach oben wische. Man muss halt dazu sagen, man muss halt immer einmal nach oben wischen und dann geht da so ein, ein, naja, wie soll man sagen, ein Prozentpunkt lauter oder so ein Strich lauter. Also, das heißt, wenn man wirklich stark, leiser oder die Lautstärke stark erhöhen möchte, muss man halt mehrfach nach oben wischen oder mehrfach nach unten wischen. Aber er gibt einem auch jedes Mal so einen kleinen Piepton als Feedback. Das heißt, man versteht auch immer sofort, ah ja, okay, er hat den Befehl akzeptiert. Also, das ist schon echt alles richtig klasse. Eine Sache, die ich euch noch unbedingt zeige. Sorry, jetzt kriege ich mal kurz einen Anruf. Hallo, Robin hier. Hey, Max, mein Kameramann. Ja, klingt gut, oder? Ja, ich telefoniere gerade mit den Sony-Kopfhörern, ja, so Freisprecher in Richtung. Ja, klingt ganz gut, ne? Was, ich soll nicht so viel quatschen, die Abmoderation machen? Das kannst du mir auch ins Gesicht sagen, Mann, du stehst direkt vor mir, du Idiot. Also, ich muss sagen, die Sony MDR-1000X haben mich wirklich überzeugt, ja. Da ist eigentlich alles drin, was man so braucht. Ein guter Sound, sehen schick aus, haben eben diese Umgebungsgeräusche, die rausgefiltert werden. Außerdem eine lange Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden. Sogar, das hat mich echt überrascht, diese Touch-Steuerung an der Seite, ja, wo man keine echten Knöpfe hat. Sogar die hat wunderbar funktioniert. Also, ist ein Tipp von mir. Und wenn ihr aber nochmal mit anderen Kopfhörern vergleichen wollt, dann schaut doch mal hier oben auf diesem I. Da klickt ihr drauf und da klappen dann hier weitere Videos aus. Und da könnt ihr übrigens auch gerne meinen Kanal abonnieren und könnt mir auch Vorschläge machen. Schreibt in die Kommentare, wenn ich mal weitere andere Produkte testen soll, mache ich das natürlich immer gerne. Und eine Sache, die dürft ihr nie vergessen. Ah, hier ist so schön warm. Blöd sein ist echt doof.